moin moin und herzlich willkommen zurück zu raft ich bin es euer max deos und wir sind ja immer noch dabei die agonische might hier aufzubauen wir haben hier gleich direkt drei fässer vier fässer dahint ist ja noch einer trifft sie perfekt kriegen wir zumindest wieder ein paar blanken so den kriegen wir auch noch oder wir müssen weiter werfen ja den kriegen wir so der hatte sogar gleich ganze drei gegeben wir haben aber auch noch ein bisschen müll das ist echte umweltverschmutzung das kommt in der natur vor das kommt in der natur vor obwohl so wie ich das weg hier wegschmeiße so in den ganzen kartons könnte das dann vielleicht auch als umweltverschmutzung gelten weil unsere spielfigur hier sich die mühe macht die dinger hier in kartons zu packen bevor die wegschmeißt also an sich schon doch irgendwie umweltverschmutzung aber hier ja hier in dieser in dieser welt wo hier alles schon eh unter wasser liegt kann man kann man da auch irgendwie ich glaube den leuten ist auch da schon richtig egal geworden jeder lebt da glaube ich nur noch für sich ich glaube es gibt hier nur eine einzige zivilisation die noch existiert die trifft man irgendwo am ende ich glaube in chapter 3 also kapitel 3 wird man die erst antreffen ich bin gespannt wie das hier gleich aussehen wie das fertig ist aber erst einmal seil können wir wegschmeißen brauchen wir aktuell nicht das können wegschmeißen wir brauchen ist wirklich unendlich blanken und da kommen wieder bäume da hinten an die kriegen wir nicht so jetzt haben wir aber und statt kriegen ja auch wieder mehr als genug näher an die kommen war so erstmal noch nicht dran ist aber auch ein bisschen unübersichtlich so wie die wieder haken hier jetzt am schwimmen ist wurde jetzt genau ist oder genau liegt aber denn jetzt kriegt oder nicht so ich hoffe da sind auch noch mal drei komm, ja, nice das sieht aus wie eine insel wo auch paar kisten zu finden gibt ja geil so dann begehen wir jetzt noch mal ein bisschen umweltverschmutzung komm, ich will die palme haben, ich will den fass haben nein, nicht die palme, die planken komm schon ja, jetzt haben wir den und den hoffentlich kriegen wir auch noch ja, nice so, dann können wir Anker nochmal werfen ich hoffe es ist nah genug, dass wir nicht von Boris gleich wieder attackiert werden, wenn wir zurückschwimmen so ah, nice dann können wir das nochmal hier lassen und das hier aber keine Samen dieses Mal okay, jetzt aktuell finde ich das erstmal noch besser ist dann weniger, dass ich aus dem, äh, Ding oh, da sind, da sind zwei Fässer ja, der schwimmt erstmal durch die Insel okay, den kriegen wir so nicht vielleicht noch her und der und der ja nein äh 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 ich hoffe nur, dass mich niemand jetzt, äh wirklich ernst nimmt dabei, dass ich, äh diese Umweltverschmissung, das ist nur in dem Spiel jetzt wenn privat versuche ich so gut wie möglich, äh, wirklich hier nach Umwelttrennung, also Mülltrennung und so weiter hier, äh alles zu machen und so es ist halt nur in diesem Spiel jetzt, dass ich hier ja alles einfach so wegschmeiße, wohin es geht so wie viel Holz haben wir jetzt? 31 okay, das müsste fürs Erste reichen, glaube ich 32 jetzt und der hat uns doch noch ein halbes Tier na, ich würde sagen Anger können wir wieder lichten ne, komm, so 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 und wie ich das da mache, überlege ich mir gleich also wie wir das hier machen glaube ich, hier machen wir genauso wie also hier machen wir genauso wie da unten dass da wieder so ein halber ist dass es hier nach oben geht und dann hier so eine halbe Wand und dann hier auch nochmal eine halbe Wand ne, hier kommt keine halbe Wand hin hier kommt so was hier hin so was ja jetzt, jetzt geht's weiter ah, die Kartoffeln sind fertig dann haben wir hier noch ein paar Rüben und dann können wir ein paar Kokosnüsse essen dann geht bloß nicht verhungern und verdursten so ich habe jetzt selber auch nochmal was gefunden so komm schon ich will das Fass haben und die Kiste da hinten ja geil haben wir so ich hoffe die Kiste schaffen wir ja nice ah, geil wie viele Planken jetzt auf einen Schlaf obwohl, wenn ich jetzt genau überlege wir können hier hier noch nicht die Netze hin machen weil hier kommen ja auch noch die äh, das kenne ich ja auch noch aus dem Trailer und aus dem Let's Play von Gronk und Tobi man kann hier solche, äh Motor-Dinger hier machen wie heißen die so diese rotierenden Motor-Teil-Dinger die wollte ich eher da haben hier und da an der Seite äh, müssen wir schauen, wie wir das machen ich glaube, die Kiste kriegen wir so nicht nein der ist hier in unserer Richtung unterwegs das ist gut sieht schon aber geil aus muss ich ehrlich sagen ja du mich auch bohdes kommen wir jetzt noch einmal zuschnappen dann nicht pecker bohdes so 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 also erstmal den Müll auch nur wieder ansorgen Plastik in Ozean Seile in Ozean Steine in Ozean die Dinger in Ozean ich würde sagen die Nägel können wir auch erstmal hier rein packen genauso wie den Schrott kommt das erstmal hier hin das kommt erstmal da hin ok da haben wir wieder eine kleine Insel dann legen wir da auch schon mal wieder an ich glaube ich habe zu weit nach rechts gedreht das können wir sehen aber sobald da auch noch die Wände sind können wir nicht mehr sehen wann wir anlegen beziehungsweise dran sind warum haben wir jetzt so viele Palmblätter bekommen da oben vielleicht noch was nope vielleicht sehen wir was von hier und wir mitnehmen können nope auch nicht so ja noch zweimal dann haben wir das gehen einmal weg und Anker lichten ach da ist die Sonne sieht schon nice aus muss ich ehrlich sagen wir schmeißen aber eben nie wieder weg das können wir mal eben trinken genauso wie das die Kartoffeln können wir gleich mal braten so das sieht schon nice aus wirklich der Sonnenuntergang ähm so den haben wir noch eine neue Kartoffel hier ist voll ich hoffe den Fass kriegen wir so nicht so sorry musste eben noch mal ein Schlückchen trinken ja ein Palmblager haben wir trotzdem bekommt toll ich hatte kurz gedacht er seine Kiste wie hier paar äh dings haben wir weg 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 äh dings dings wahrscheinlich nicht so vielleicht ja den kriegen wir ja geil den können wir nicht kriegen so noch ein Versuch dann haben wir schon die nächste Insel ah geil vier Kartoffeln so dann machen wir hier eben fertig einer noch also beziehungsweise fünf Planken nein den kriegen wir nicht mehr die Palmen ich wollte nicht die Palmblätter ganze drei Stücke haben wir bekommen weg damit das auf das auf na das sieht aus als wären da paar Bäume mehr oder ich sehe bisher vier Bäume mal schauen wie viel wir da dann rauskriegen aber immerhin können wir den Bereich da jetzt fertig machen diesen Abschnitt so das heißt dann ich hier nur noch einmal sowas bauen und dann hier noch eins zwei drei vier fünf sechs Kiste Kiste auf den kriegen war ach komm wir springen mal eben da hin genau jetzt beißt er auch zu ja Boris wir wissen es du brauchst Aufmerksamkeit das ist ja jetzt das ist das ist das ist das ist das ist das ist so und Anker rein haha Boris so erster Baum extra bauen ah hier können wir ah Wassermelonen können wir jetzt wieder was trinken so hier hin weg 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 alter wie viel Müll den Müll wir haben so ich hoffe die Menge an Holz die wir jetzt eingesammelt haben das reicht vielleicht ist hier oben sogar noch eine Kiste oder so die Zwiebel fressen wir auch noch äh nicht die Zwiebeln die Rüben so da können wir jetzt eben hier bisschen machen dann wollten wir das zweimal einmal hier und einmal so dann brauchen wir das einmal hier so und so und dann brauchen wir das hier so und so ja nice also also wir können Anker wieder lichten ich glaube hier können wir noch einmal so ein Frosten machen so und dann müssen wir schauen wie wir es hier machen aber ja jetzt haben wir vorne hier auch fürs erste fertig und das ist dann nur der unterste Abschnitt vom Schiff danach heißt es die Mitte noch eben irgendwie machen müssen wir schauen wie wir das hinkriegen aber kriegen wir alles noch irgendwie hin so dann die Kartoffel noch einsammeln dann die hier noch rein und den Müll eben noch entsorgen so und so ich glaube wir können eben noch mal ein paar Nägel herstellen war hier nicht vorne noch ein Fass irgendwo haben wir den jetzt verpasst hi Boris da war der ja ah geil direkt vier Planken so dann brauchen wir eigentlich nur noch die Dinger für hier vorne so dann muss der hier hin oder hier ja stimmt mit da überein das heißt der nächste müsste dann hier hin hier weg hier haben wir nicht gekriegt Ach, toll. Aber fass. So. Warte mal. Genau, der war hier. Ja. Passt. Das heißt aber, dass hier noch ganz normal und hier auch noch gemacht werden kann. Und hier auch. Da haben wir noch einen Fass. Ich hoffe, den kriegen wir auch. Ja, geil. Wir haben den. Der hat sich gar nicht gelohnt. Nicht mal ein bisschen. Alles, was wir dafür bekommen hatten, konnten wir wegschmeißen. Den einen. Und wir versuchen mal, den da zu kriegen. Und kriegen wir nicht. So. Und? Komm, kriegen wir den? Ja, wir haben ihn. Ich will nicht das Palmblatt. Egal. Ah. Okay. So, dann muss der hier hin. Ja, ist richtig. So, aber dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich verabschiede mich für diese Aufnahmesession schon mal. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deos. Und tschau. Ich bin's, euer Max Deos. Ich bin's, euer Max Deos. Ich bin's, euer Max Deos.